hallo leute und herzlich willkommen zurück zu let's play lego insel 2 part 2 im letzten part haben wir weg weg leck leute ja also im letzten wort haben wir peter ein peter ist ausgeliefert in diesem wort sein wenn zu hause angucken ja hallo ja weil ich habe bisher jetzt noch keine antwort bekommen wir springen es weiter ja im letzten fahrt habe ich ja schon gesagt haben wir peter ausgeliefert und in diesem part werden wir am anfang eine pizza ausliegen an einen ganz ungewöhnlichen ort genauer gesagt zum gefängnis zum steinbrecher der 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 hart ist von lego city lego ja lego insel ich erzähle es euch einfach der rest ein paar pizze ein sein patentierter steinbrecher drach in atem hat er noch eine chili bracht und die chili ist auf der pizza drauf und er haut ab klaut die instrukt instruktupedia zerreißt sie und dann werden alle häuser von der legoinsel zerstört jetzt wollen wir sagen roboter von ogel von der ogelinsel wo man am schluss hinkommen komm schon komm schon mhm leute ihr schuldet mir was jeder wo das video anguckt abonniert mich nein quatsch müsst ihr nicht leute ich unterwege jetzt ein bisschen mit musik also ein light screen mit musik dass ich nicht glauben muss nein quatsch auf jeden fall habe ich als zweites projekt nach lego insel 2 geplant wirklich ich habe da wirklich jetzt ein fantasy geplant ich würde es mir kaufen vielleicht mache ich heute noch ein kleines video von kurz die sims 3 also auf jeden fall ist es luxus accessor 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 ich kann es nicht aussprechen das ist ein doofes wort ich kann es nicht aussprechen ich kann es nicht aussprechen im Oh mein Gott. Ja, scheiße. So, bin wieder anwesend. Was wir jetzt brauchen, ist ein schnelldenkender, klughandelnder, tapferer, auch rechter und ehrfürchtiger Held. Peppa, was tust du gerade? Nichts. Mein Bestes. Dein Bestes können wir bestens gebrauchen. Hier ist der Plan. Erstens, finde die fehlenden Seiten. Zweitens, bau die Insel wieder auf. Drittens, auch die Plätze, fertig. Und viertens, los und hüte dich vor den Steinpottern. Und wir müssen jetzt vier Seiten von der Konstruktopedia finden, damit wieder alles aufgebaut wird. Und wir müssen vier obere, genau gesagt mehrere, aber vier farbige. Kleinkinder im Hintergrund. Ja, ja, 30 Stapel. Aha, Schien. Warum laufe ich da auf den Schienen? Warum fliegt er mich umso weit weg? Nach dieses Heitel der Konstruktopedia mache ich hier einen kleinen Schnitt. Und dann tun wir die nächsten zwei, genau gesagt. Jetzt mache ich einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Lego Insel 2. Tut mir leid, wir haben ein bisschen kurzes Abo. Ciao.